Vielen Dank, dass ich heute hier meinen Vortrag halten darf, der heißt How to simulate. Aber bevor wir in den Vortrag einsteigen, erstmal was zu mir und meinem Projekt. Mein Name ist Lukas Bernhard, ich habe hier Medieninformatik als Bachelor und als Master studiert und wurde danach direkt von meinem Professor angeworben, als wissenschaftlicher Mitarbeiter jetzt zu arbeiten. Ich bin der Koordinator von dem Amori-Projekt, den Fahrsimulator habt ihr vielleicht unten schon gesehen und das Heilübeck-Projekt macht es mir überhaupt möglich, dass ich solche Vorträge wie heute halten kann. Frage vorneweg, ich möchte eine schnelle Abstimmung machen. Dark-Mode-User bitte die Faust heben, alle Light-Mode-Fans die Hand heben. Oh, sehr gut, ich dachte noch, ich muss die Dark-Mode-User warnen, dann passt das perfekt heute ins Thema, wir bleiben Light. Meine Agenda für heute, erstmal die Motivation, ich möchte zeigen so, was ist gerade Stand der Technik in Simulation, was ist Stand der Technik in Gaming, dann einmal unsere Simulationssoftware BeamNG Tech zeigen, unten könnt ihr sie viel besser sehen und dann den Umbau, was muss man tun, um von der Simulation, also um ein Computerspiel, eine Simulation zu bauen. Fangen wir mal an, was wir hier jetzt sehen, ist links oben IPG CarMaker, Softwarestand 2023 und wir sehen rechts ein Screenshot von SILAB, vom WIVW, auch von 2023. Das sind quasi die beiden Softwares, sind jetzt nur stellvertretend von mir rausgepickt, die gelten als State-of-the-Art Fahrsimulation, die man für Forschung benutzt. Und ich habe da so eine Bullet-Point-Liste mit positiven, negativen und neutralen Punkten gemacht. Aus Zeitgründen springe ich nur mal ganz schnell durch. Fahrsimulationssoftware kommen immer mit supermächtigen Map-Editoren, die gehen jetzt sogar in die Richtung hin, dass man sagt, klick, bumm, es wird eine Stadt generiert. Das ist wirklich beeindruckend, was sie da an Leistung oder an Vorleistung jetzt schon gemacht haben. So eine Fahrsimulationssoftware ist auch dann immer mit Kundenservice verbunden, das heißt, den bekommt man dann auch, die kommen dann auch oft vorbei und das bringt mich zu einem meiner Negativpunkte. So eine Simulation, da braucht man eigentlich einen Techniker, der kommt dann vorbei und der installiert dann bei quasi den Forschenden diese Software. Das kann man nicht selbst tun, für gewöhnlich nicht. Kommen wir zum Gaming. Was wir jetzt hier oben links sehen, ist Forza Motorsport 2023. Das ist eine Software, mit der ich nicht ganz so vertraut bin, aber die gilt immer als die schönste, schickste Software, die es gerade gibt im Autorennspielbereich. Und rechts sehen wir BeamNG Drive. Das ist auch ein Computerspiel. Eigentlich schon ein bisschen älter, aber 2023 hat das ein größeres Grafikupdate bekommen, deswegen sieht das ziemlich schick mittlerweile aus. Was so ein großer Positivpunkt von allen Computerspielen ist, out of the box. Man kann nicht das sofort installieren. Das läuft auf sehr vielen Systemen. Die Einstiegshürde ist unglaublich gering. Man braucht kein Techniker, kein Informatiker zu sein, um so ein Spiel aufzusetzen. Ein Neutralpunkt ist, das ist ein sehr kompetitiver Markt. Das heißt, Produkte werden auch so platziert auf den Markt. Und ein Negativpunkt, also hier Computerspiele sind schlichtweg eigentlich nicht als Simulation entwickelt. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen in den Umbau, möchte ich einmal euch zeigen, was BeamNG Drive ist. Drive ist die Computerspielvariante Tech. BeamNG Tech ist der Simulationsableger davon. Und ich habe gestern ein kleines Video aufgenommen, wofür BeamNG eigentlich bekannt ist. Auch gerade aus der Gaming-Welt, nämlich sie haben eine extrem realistische Physik- und Crash-Simulation. Und ich habe hier einen Kraftfeldmodus angeschaltet und manöfre mich hier gerade durch die Stadt. Das hatte einen großen Hype, gerade bei den Streamern, weil das natürlich sehr, sehr beeindruckend aussieht, ist aber begrenzt nützlich für die Forschung. Wir haben Kollegen, die forschen da, um versuchen, Autobahn-Crashes nachzustellen und können die dann quasi die Zeit zurückdrehen. Wir nutzen diese Physik-Simulation, weil quasi die BeamNG-Entwickler, mit denen wir auch immer in Kontakt sind, das ist ein Partner von uns, totale Autonerds sind. Die haben ihr Computerspiel so gebaut, wie eigentlich man ein Auto bauen würde aus Modulen. So, kommen wir jetzt eigentlich zum Kernthema, nämlich wie baut man ein Computerspiel um in eine Simulation. Und da ist mein erster Punkt, frameunabhängige Events, weil im Moment, oder bei den meisten Computerspielen, werden eigentlich Dinge immer framebasiert berechnet. Was ist ein Frame? Das ist ein Bild, das dargestellt wird. Es werden, je nach Computer, so zwischen 20 und 100 Frames die Sekunde rendert man und da wird dann quasi so etwas wie Bewegung oder Verbrauch berechnet. Das ist für ein Spiel okay, weil ich möchte ja auch nur sehen und ich kann ja auch nur Einfluss nehmen auf das, was ich sehen kann. Da braucht die Berechnung nur einmal durchgeführt werden. Bei einer Simulation ist es aber problematisch, weil wir kommen zum ersten Punkt Logging. Logging konnte quasi, oder kann man ja dann auch nur machen, immer wenn ein Frame errechnet wird, wird eine Logzeile, ein Datenexport, was gerade ist, was der Stand ist, wie schnell das Auto fährt, erzeugt. Das ist problematisch, weil dann hängt plötzlich mit meiner Framerate und meiner Performance von meinem Computer auch meine Datenqualität im Nachhinein zusammen. Das andere ist, die Frames sind ja alle in unterschiedlichen Abständen. Ein Computer ist mal mehr oder weniger ausgelastet. Das heißt, es ist sehr komplex, nicht uniforme Log-Tabellen auszuwerten. Das andere, was wichtig ist, was eine Simulation eigentlich braucht, ist Abläufe und Abhängigkeiten. Die müssen schneller wie ein Frame berechnet werden. Wir haben einen PED-Regler in unserem Powertrain, die müssen wirklich in wenigsten, also sehr wenigen Millisekunden dann schon Zwischenberechnungen eigentlich machen. Wo sind wir jetzt mit BeamNG Tech 28? Das ist die zweitneueste Version. Da haben wir sehr viel mit den Entwicklern zusammengearbeitet und wir haben jetzt ein Indus Fix Scheduling vom Spiel angegriffen. Das heißt, wir können Dinge unabhängig zum grafischen Rändern berechnen. Das ist zum einen eben die Motor-Feld-Geschichten und die Motor-Kennfeld-Geschichten und zum anderen das Intervall-Logging. Das heißt, wir haben feste Logging-Intervalle, sehr angenehm. Und dieses GFX-Update ist alles, was in einem Frame berechnet wird, also im ganzen Frame. Und das bleibt natürlich das Rendering so, wie es sich gehört. Was gibt es noch, was quasi das Spiel eigentlich nicht hatte und wir gebraucht haben? Nämlich ein Energiemodell. An sich kann man sich in BeamNG reinsetzen und fahren und es fühlt sich direkt gut an. Wenn man aber in die Daten schaut oder in ein GTA, das fühlt sich auch sehr wie ein Auto an, aber wenn man in die Daten schaut, ist es nicht ganz identisch. Mal näher, mal weiter weg davon. Mal wird überhaupt kein Verbrauch berechnet. Und wir brauchen Verbrauch, weil wir forschen an Eco-Displays für Elektrofahrzeuge. Und da führen wir Versuche durch. Und am Ende des Versuchs kommt es bei uns dann darauf an, konnten die FahrerInnen am Ende der Fahrt Energie sparen oder nicht. Also wir gucken, wie voll der Akku noch ist am Ende des Versuchs, des Experiments. Und das wollen wir natürlich nicht nur im echten Fahrzeug, sondern auch in der Simulation. Wie kommt man jetzt zu einem Energiemodell? Wir haben es uns einfach selbst gebaut. Das heißt, man pickt sich ein Referenzfahrzeug. Das ist am Uniturm steht der Renault Zoe von Stadtauto. Das ist unser Referenzfahrzeug. Dann braucht man einen Canbus-Logger, um an die Fahrzeugdaten zu kommen. Den haben wir uns auch selbst gebaut. Und man konzipiert Testfahrten, sodass ganz viele, also alle möglichen Fahrzustände vorkommen. Hat dann diese riesigen Tabellen, steht dann tagelang vor Whiteboards und dreht durch und kommt dann vielleicht auf ein Energiemodell durch das Reverse Engineering, das dem realen Vorbild entspricht oder näher entspricht. Das machen wir jetzt schon seit fünf Jahren immer wieder mit kleinen Unterbrechungen. Das sind so unsere Iterationen. Wir sind jetzt bei der sechsten und ich bin immer wieder selbst beeindruckt, wie nah wir eigentlich am Original sind. Das ist schon sehr, sehr fein da dran. Was brauchen wir noch? Ein Computerspiel hat eigentlich nur eine Hauptanzeige. Das heißt, und das reicht aus, man hat ein Fenster. In der Simulation brauche ich, also wenn mich jemand fragen würde, was brauchst du für eine Simulation für Schnittstellen, dann würde ich sagen, ja. Was wir quasi jetzt hier links sehen, sind mehrere kleine Monitore, die angebunden sind, die auch nochmal Daten darstellen. Dahinter wäre nochmal ein Laptop, der das alles fernsteuert. Was wir rechts sehen, warum Schnittstellen trotzdem cool ist, wenn man nachts im Hotel vor einer Konferenz noch etwas verbessern muss und man hat nicht genug Bildschirme, dann nutzt man seine Schnittstellen und lagert quasi alle die Web-Apps auf alle Laptops und Handys aus, die man gerade greifen kann. So sah unser Architekturdiagramm 2018 aus. Da haben wir angefangen, das war BeamNG. Jetzt sind wir mittlerweile ein Punkt da und deswegen bin ich auch so stolz, das quasi jetzt zu zeigen zu können. Jetzt sieht unser Architekturdiagramm deutlich größer aus. Das ist quasi alles Software, die wir um BeamNG drum herum geschrieben haben, was wir glauben, dass man dadurch eine Simulation hat. Könnt ihr auch gerne nochmal unten vorbeikommen. Das ist jetzt gerade ein bisschen zu viel, um da im Detail drauf einzugehen. Als letzter Punkt haben wir noch den Eco-MPC. Nämlich, jetzt wollen wir ja auch ein bisschen verrückte Forschung machen. Wir wollen, was wir links sehen, das linke erste Display ist ein Eco-Display. Das zeigt den Energieverbrauch in der Vergangenheit an. Das kennt ihr wahrscheinlich viel, so eine Anzeige, die so ein bisschen zittert, mal höher, mal niedriger geht. Ist ganz gut, hilft einem auch das Fahrzeug zu verstehen, aber an sich will man ja eine Empfehlung für die Zukunft haben. Und da haben wir quasi mit unseren Kollegen in Kaiserslautern einen Eco-MPC, die haben den entwickelt, wir haben den integriert, eingebaut. Der macht eine Zukunftsvorhersage. Ein Eco-MPC ist ein Ecological oder Economic Predictive Controller. Das ist ein sehr komplexer Regler, der geht nahe an die KI ran, was Komplexität angeht. Ist aber ein klassischer Regler. Da steckt ultra viel Programmierarbeit drin, dass der quasi echtzeitfähig mit Linearisierung und dynamischer Programmierung uns jetzt so eine 5-Sekunden-Vorhersage machen kann, wie quasi die Empfehlung ist für die Fahrt. Am Ende kommen wir jetzt noch zu der Frage, die ich auch in meiner Motivation geschrieben habe. Sollte ich eigentlich so eine Simulationssoftware kaufen oder fünf Jahre arbeiten und dann da ankommen, wo wir sind? Meine Antwort ist immer noch sehr klar DIY, aber ihr könnt es euch leicht machen und zu uns kommen. Unsere Software ist Open Source, dafür ist es gedacht, dafür ist Forschung da. Wir müssen nicht die Arbeit doppelt machen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus